Hi meine Lieben, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei StrandedDeep im Multiplayer mit Freezy zusammen. Hallo! Ich hoffe, meine Freunde, ihr freut euch drauf. Wir haben ein bisschen Bock auf das Projekt. Da gibt es ja einen Multiplayer jetzt und ich habe extra einen Privatchat gebucht. Ja, das ist eine schöne Insight mit den Freezy. Oh, ich freu mich so! Endlich für einen Urlaub! Wo ist hier die... Oh, endlich ist ja was! Harte Toilette! Oh! Oh! Freezy! Oh! Freezy! Du hast einen Urlaub gebucht! Halt meine Arsch! Freezy, wie sterben alle! Es tut mir leid, dass ein Kind ist nicht von dir! Was du Arsch! Sag deiner Frau! Es tut mir leid! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!!! Jetzt haben wir voller Wasser! Du bist raus! Scheiße, wir leben noch! Du vergisst das mit dem Kind, das war ein Spaß! ich wollte dass du mit dem lächeln stirbst du bist auch das rettungsbruch gott oh mein gott das rettungsbruch ist nur für vier personen ja toll dann muss jetzt runter wir sind zu schwer weil wir zwei sind einfach so schwere typen sind wir zu schweren sind einfach schwer in ordnung wenn ihr wenn ihr bock wenn ihr bock habt leute auf das auf das projekte dann lasst gerne deutsch da schreibt uns wirklich unbedingt die kommentare was wir als erstes machen sollen wir haben es jetzt schon mal kurz gespielt wir haben schon mal ein bisschen rein geschaut aber auch nicht viel also wir haben keinen plan so richtig um was es geht wir wissen wir brauchen essen und trinken so das ist schon mal fakt wir wissen auch ungefähr wie wir das bekommen aber schreibt uns bitte so viele tipps wir uns nur geben könnte in die kommentare das wäre wirklich super und wie gesagt lasst ganz däumchen dann schon bei physio vorbei ansonsten geht's los jetzt sehen wir gleich auf der insel oh gott ich hoffe wir haben unser urlaubsziel erreicht ich hoffe es auch tag eins ich habe nur 14 tage gebucht bruder also denkt dran scheiße oh ja das sieht aus wie mal die tiefen nur klein aber gut wir haben ja ein paar inseln so ist ja nicht guck mal da drüben ist größer oder ja jetzt in zwei inseln oh was war das was war was wenn wir jetzt gemacht ich komme mal rüber ja ja ich habe da eine anker schon ausgeschmissen aber merke ich gerade gar nicht was du hast den anker rausgeschmissen ach das war dieses bumm ey warte mal der ist ein hai alter ja ja nimm ihn mit okay alles klar so du hast gar nichts mitgenommen das ist ja super dann nehme ich das ganze essen mit und den ich komme was für traumhaftes wetter ganz ehrlich ein bisschen schwimmen das hat was was du da was geierst das schon wieder rum da hinten ja ich suche hier ja was suchst du denn weiß ich noch gar jetzt schon wieder rum so ein ding ist das du wirst schon wieder alles abstauben es gibt nicht viel denk dran wir sind zu zweit es stimmt allerdings so müssen wirklich ein bisschen aufpassen so ich brauche erst mal ein stein hier in schön in schön stein was hältst du davon wenn wir vielleicht zuerst mit dem shelter anfangen ja mach das doch schlafen und speichern können ja das ist gut schlafen ist eine super idee ich war erst mal neben dem baum hier kaputt den yuka baum ja mach das mal was brauchst du denn für schilder mein sohn wir brauchen dafür ein seil für ein seil und drei äste okay ich brauche aber erst mal ein seil um mir eine axt zu machen ja ja mach das okay alles klar da mache ich mal die axt als erstes ich würde es ja ganz nett vielleicht können wir hier unsere hotelanlage aufbauen und dann einfach die besucher empfangen das ist das ist auch ganz toll das wäre noch besser als alles andere da habe ich schon ein seil wie praktisch und das ist schön jetzt kann ich ein messer machen jetzt kann ich ein messer machen warte mal ein messer ein messer brauche ich ein messer nicht ich will doch ein dix machen eigentlich ein eine axt ach da brauche ich noch ein stein ja das ist ja natürlich auch nicht schlecht er braucht ein stein hier im stadt auch kleine krappen was mit dem krappen los alter das weiß ich auch noch nicht so ganz genau die hat mich gezwickt ich habe 22 krappen getötet wer unser unser armbrot ist gesichert heute gibt es lecker krappen cocktail vielleicht noch ein salatblatt oder sowas finden ist ja ich gebe mein bestes dass ich hier grün salat finde wir könnten ja hier vielleicht so oder ist ein flugzeugträger wie praktisch jeder braucht ein flugzeug auf der insel gestrandet ist in seiner nähe als schick zum flugzeugträger hat schon was da sollten wir vielleicht auch gleich mal wirklich hin ach so jetzt kann ich das hier quasi ach muss ich fallen lassen ich lege mal hier die blätterchen die das nicht das legen wir noch ab kommt was braucht kein schwein auf der insel sehen wir jetzt wissen wir sowieso gerade nicht wohin so warte mal dann brauchen wir das und können uns eigentlich eine axt herstellen aber irgendwie auch nicht ach das ist aber hier auch wieder kompliziert also ich kann mir leider noch keine axt herstellen weil ich da nicht genug gebaut habe warte mal dann machen wir erst mal ein lagerfeuer oder so ein lagerfeuerchen anzündholzer haben wir was hast du auch stöcke stöcke sind gut super nehmen doch nicht alle ich bau hier gerade ein shelter und ist ja mit ihm was ist denn los und shelter bauen ja warte kriegst du kannst du sofort bangen ich mache mal hier unser lagerfeuer hin ja mach mal so bis jetzt hier mit strandoptik oder ja 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 das wollte er so den flugzeugträger im hintergrund flugzeugträger im hintergrund das kommt besser müssen wir hier rüber bricht die sachen bitte mit manfred denkt bitte dran ja um neun uhr macht das befehl auf ja ich möchte als er ist ja nur zahlen damit das gute ist noch ja weil die s ist ja sonst immer alles weg ich habe doch der krabbe manfred so guck mal ich habe ein feuer gemacht warte mal lass mich mal noch was kräften das ist nämlich wichtig da aber jetzt ist meine handwerk nämlich nach oben gegangen und jetzt kann ich nach machen so jetzt kannst du machen was deswegen hier okay so erst zum anmachen ja ja extra schon vorgesorgt warte meine axt was wollte ich jetzt eigentlich machen okay weil du brauchst noch ein seil ich habe eine flare kann was wieso kriegst du immer die geilen sachen ich weiß nicht brauchst du ein seil ja echt ich habe ein seil ich habe mir mal nö du hast ein seil in der hand du packen ganz ehrlich da musst du dein seil schon weg legen wenn du meins willst ja hör auf du kennst das doch dich und deine ungeschweckte atemweise so ok pass auf ich gehe mal ganz kurz hier noch ein paar dinge suchen ja ja mach das mal was brauchen wir denn noch acht noch nicht bauen das ist ja klasse kannst du mir palmblätter bringen palmbretter ja gerne bringe ich dir palmblätter deswegen habe ich ja die axt durch die palme fällen ja 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 komm ich fände in der palme soll ich das hochklettern die kokosnuss holen auf jeden fall die kurs uns brauchen wir aber die fährt ja die die fährt ja auch runter wenn ich die palme umhauen guck jetzt kommt die kokosnuss so palmblätter ja ja ich habe ich bin dran es geht halt nicht so schnell jetzt bleibt doch ruhig das kann ich leiden auf so einer insel jeder bisher gestrandet hast nicht viel platz da hast du einen der die ganze zeit nur umstresst macht das das was möchtest du denn jetzt auch die blätter du brauchst die blätter passt ruhig mal hier hin ja genau so bitteschön jetzt hast du deine axt liegen lassen hast du die nehme ich natürlich gern wieder so du hast ein bisschen sommer du bist leichter rötet oder bist du wütend doch der richtige so ganz kurz ich wollte noch was müssen wir noch bauen ach so ein steine wollte ich noch machen warte mal die brauchen wir jetzt nicht älter steht hast du die pflanzen von drüben mitgebracht das muss mein messer hast du die pflanze von drüben mitgebracht welche pflanzen ich muss mich abkühlen verdammt ich bin wieder so hart ich würde gern speichern so danke was ist in der kiste drinne darüber hatte ich schon pflanzen in gelegentlich geführt hatte wieso steht das denn jetzt hier auf deutsch was steht auf deutsch ja ich muss mich abkühlen ach so weit ist das nach dem neustadt übrigens sich umstellen wir haben auf deutsch gestellten habe ich es war eigentlich und ja ist nach dem neustadt wo gehst du denn hin um dich abzuwarte mal hier drüben müssen pflanzen liegen kannst du die mal bitte noch mitbringen da wo du bist nichts ja und der kompass du bist den kompass hier liegen was soll denn der bezeigen ich kann hier einfach rumlaufen 30 sekunden ja was ist wenn wir mal zum spät ist es ist tatsächlich schon befehlzeit hast du gekocht jedoch nicht ja der macht doch mal wieder ja ich bin ich habe sonst dich alter wenn zwar klar aber so weit weil ich keine kokosflüsflasche herstellen das ist ja schon mal sehr praktisch dann würde ich warte mal genau wir brauchen doch dieses wasser ding brauchen wir wasser ding wasser 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 okay ich brauchen sei ich brauchten hast du noch ein ding übrig übrigens ein ein blatt ein blatt also ein kokosbaumblatt um so ein salz zu herzustellen oder was ne so ein kokosbaumblatt habe ich leider nicht hast ja alle weg gemacht ja klar sag mal wie soll ich mich denn abkühlen das geht doch gar nicht weiß ich nicht das ding ist das was ist leer was ist denn leer ich bin grad unter wasser im boot was machst du denn okay perfekt ich habe die zweite palme gefällt noch eine aloe vera was ist alles gut was denn ich habe eine palme gefällt ich so welche palme hast du gefällt und dann ach egal vergisst es war jetzt nur witzig im kopf aber noch ein stöckchen ach der du bist wieder der kistenbau oder was ist schon hier haben wir noch ein stöckchen aber hier kann man sich hat in der arbeit den her bei der lag da im wasser echt jetzt ja ich packe hier mal ich packe hier mal die die bandage und füchtling rein und was noch eigentlich und so aloe vera muss doch hier auch noch eine rumliegen wenn ich zwei ach nee wir hatten eine juka pflanze haben wir verfeine was kann ich mir die hammer machen weiß ich nicht ich komme damit ich muss reparieren oder so du musst die sachen du musst die sache natürlich in die kisten packen ist schon klar die wichtigen sachen sowie palmblatt und pistole das ist wirklich wichtig den hammer den motoren und diese ganze krempel so weit aber ich habe hier ein feuer gemacht ich mach mal noch ein stein stein links drum ja ja wie viele steine braucht man da nein ja jetzt hast du den hammer nicht dabei hätte der euch gegenseitig ein bisschen hämmern können was los ist tot aber gleich da habe ich hier voll weit weg gezogen ins wasser rein wir sind zwei jetzt ich weiß nicht was du die ganze zeit im wasser machst du 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 verrückter abkühlen abkühlen ja scheiße jetzt hast du den kack am dampf ich kann dir nicht helfen ich habe hier zu tun ich habe ich habe es geschafft ich habe es geschafft ja besser ist es also mal ganz ehrlich was machst du davon da muss ich erst mal fikusbaum fällen da bin ich wundig wenn man auch noch ein neben uns ist gleich die insel ja wenn du auf der einen seite den hajab längst finde ich auf der anderen seite vielleicht die insel erkunden weil ich wollte also was das sieht das sieht weiter also das ist weiter weg als es aussieht es ist jetzt nicht so nah meinst du ja ja okay was ist das denn eine angelroute in den anrufe ich nicht ich will ein speer aber die kann ich noch nicht bauen was ist das denn schon wieder ganz ehrlich ich muss mir jetzt erst ein scheiß messer bauen da muss ich da wieder so und so ein dings verschwenden das will ich nicht warum das ist mit dem grob hammer was kannst du damit machen lange rote will ich auch nicht ein schwimmer was ist ein schwimmer ja ein schwimmer für mich fürs angeln dieses schwimmer die wo man wasser sind und wenn ein fisch dran ist zieht er das ja runter meinst du dafür ist das doch glaube ich wofür sind eigentlich diese großen holzstämme von den palmen damit kann man ein floß bauen oder haupt also mehr gutes gilt natürlich sind alles was ich sage gibt sie nach feuer ich habe auch gemacht ok pass auf ich brauche ich brauche irgendwie skills weiß ja nicht was ich kann das noch nicht bauen das ist echt blöd was ist denn das ein holzhaken komm da brauche ich jetzt ein holzhaken scheiß drauf ganz ehrlich was ist denn ein leichthaken ich weiß es nicht guck mal ich weiß es nicht ich kann es dir nicht sagen ein unterschrücken holz was ist denn das guck mal ein leichthaken keine ahnung wofür das ist vielleicht kann man da was aufspannen oder aufdingsen fischer ich hoffe ich äh crema unsere crema die dinger warte mal ich wollte ich bin gerade dabei das herzustellen warte mal ich wollte eigentlich so ein dings bauen hier wo man oben drüber machen kann haben wir schon haben wir schon anzünder anzündholz ja es brennt übrigens das feuer nur zur info ja habe ich gesehen wollte nur wissen ob du das weißt hm ok so warte mal das wird jetzt nichts eine vogelfalle oh eine vogelfalle wäre ja auch mal geil oder ne er könnte mir so ein vogel wie dich einfangen ho 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 ja auch wieder nicht oder was am bratspieß hier ach der braucht auch ein seil im bratspieß ok nehme ich jetzt mal hier so eine kraft und achso die muss ich vorher häuten ne ja ok ich habe ein messer wenn du brauchst achso ja gib mir ne warte mal gib mir mal ja gib mir mal ein messer bitte aber das wiedersehen war freund oh entschuldigung dass ich dein krasses teures steinmesser ja ich will mal auslei alles gut verzeihe dir ach du hast ja schon viel auch diese ekligen kleinen sardinen alter die kann doch keiner fressen ey ja weiß ich wohl aber wir brauchen essen warum nehmt ihr jetzt nicht das fleisch in die hand nehmt das scheiß fleisch oh ne wir nehmen den drecksmesser wieder ganz ehrlich so ok perfekt was wie verschwenderisch bist du denn da ja wir brauchen zwei das nützt ja nix ja bau doch ein krill oder sowas ja zutzt es jetzt noch an oder guckst du nicht oder bist du mit deinem blick erwärmen ey warte mal wir brauchen seile hast du seile warum dann könnten wir das das ding hier drüber bauen dann können wir zwei fleisch fleischdinger immer ich weiß hab ich auch schon überlegt aber das problem ist ich hab ein seil ne ich hab kein hä warte mal kurz ja wo ist mein seil hä so warte 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 so zweimal machst du den fisch kaputt ja bin grad dabei ich bräuchte tatsächlich auch ein messer müsste ich mir immer bauen wieso habe ich denn nur ein faseriges blatt wir sollten wir sollten vielleicht jetzt möglich auf die andere insel mal eben rüber und dort mal sachen holen meinst du das wird was ja es wird schwer wir brauchen auf jeden Fall ein Speer hab ich Speer grob ja das ist schon mal gut so ich brauch aber auch was zu äh äh loll ich hab nichts zu trinken scheiße guck maaa naja was los ja ne schon gut was los oh hast du mir Kokosnuss gegönnt ähm ja das wort hab ich gesucht Kokosnuss guck mal für deine Kokosnuss meinst du ja das lustige ist bei Fysis sind Kokosnüsse Ananas äh Ananas das ist so unfassbar ok wir haben schonmal ein bisschen was ok jetzt müssen wir wirklich richtig Gas geben weil äh warte 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 wir müssen jetzt dieses Teil bauen den Räucherofen nicht den Räucherofen die Wassertestile wir brauchen ein Seil das Stoffsteine haben wir alles also eigentlich brauchen wir nur ein Seil ok ok ein Seil 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 ich hab eigentlich gedacht ich hab genug hast du wirklich keine Fasern mehr ne hab ich wirklich nicht ehrlich nicht sicher ich kann nochmal gucken oh doch 2 Stück warte wo bist du du hast wirklich 2 Fasern ja hab ich wirklich ok ich hab auch 2 gib mir schnell die 2 Fasern da kann ich ein Seil machen und kann die Destille bauen ja wo bist du denn ich komm zu dir ja gib her die Dinger genau ok ok ein Seil ok und jetzt brauche ich Steine warte mal oh sag nicht jetzt haben wir keine Steine weil du 2 so oh nie ist das jetzt schon fertig? gekocht ah ja ne hier ist noch nicht fertig ne ne gib keinen Scheiß oh ich hab's ausgemacht kannst du vorher wieder einmal oh nee tut mir leid eins ist doch gekocht das hier ok wir müssen stein 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 oh nee ey jetzt halt jetzt hat er die ganzen Steine hier verschwendet ey ich fasse es einfach nicht ja dann lass doch auf die andere Stadt andere äh ich muss vorher was zu finden so wofür hier ist ein stein echt ja so dann haben wir zwei Steine glaube ich äh wir brauchen wir brauchen drei Steine drei Steine es ist dunkel wir haben Schelter soll man nicht schlafen dann ist es wieder schneller hell äh ne weil ich hab keinen Bock mich wieder zu verbrennen ich bin eigentlich sehr froh dass Nacht ist gerade so ich brauch noch einen Stein krieg mir das jetzt hin? ja ich such doch schon ach so ok weißt du nicht wo ah hier ich hab ich hab zwei Steine jetzt warum such ich eigentlich alles für dich Alter weil wir zu zweit auf dieser Hälfte sind ja noch nicht überleben müssen so gib mal den Stein bitte aber ich bin mehr die äh ja die Angelfi komm gib den Stein ja ich bin die ich bin die Prinzessin die du bekochen musst eigentlich ha 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 ich hab's guck ich hab's was hast du? weg ich hab's warte wo stell ich das hin? stell das hier neben dem Shader ja? ja so perfekt ok ok dann brauchen wir Palmenblatt dann hau ich die fürcht das gleich auf ach geil endlich Wasser so gut ähm huch dann können wir wegen mir rüber ja dann los ja warte ich muss hier noch was ausleeren ähm dann lege ich die hier hin hallo ja Dings Pflanze brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen warte ich will nur noch äh kurz trinken und dann einmal warten bis es fertig ist kleine Krabbe ok ich bin ja aufgestiegen und kochen sehr gut ich bin ein guter Koch ich will noch warten bis das Fleisch fertig ist haben wir noch Fleisch hast du noch fertiges ne wie spät ist grad ich hab ne Blutung ja bevor wir stehen auf die Uhr guckt so ich hab noch nen Termin da aber scheiße hast du ne Bandage ja in der Kiste boi die brauch ich nämlich nicht wennges ja weil du wieder mit dem Hai gekämpft hast ey ganz ehrlich dann lass uns aber mit dem Boot rüber fahren bitte ja ja mit was willst du sonst rüber fahren schwimmen oder was ja weiss ich doch nicht ja marsch ok ey ooooh du bist doch ein Geier ey ich seh ok och du kannst auch ey weissste ja weil du weil du über gleichzeitig machen willst alles rubbel schneller Forrest der rubbel gar nicht so oh was zu bitte hier ich brauchte noch was zu trinken es nützt alles nix muss doch mal kurz ja komm ey dann lass dann lass fix rüber gehen komm scheiß drauf ja wir brauchen die Seile und alles warte ich lass mal alles hier damit ich viel platz habe wie die Seile ja ja nimm ja genau nimm lass also weißt du die aloe warte wo hast du hä die al die war hier am strand ja ist alles ok den habe ich ganz am anfang geholt das denn nicht die hab ich ewig geholt Ich dachte vielleicht, wenn ich mich verletze. Wo ist denn das Floß? Ach, du dachtest, wenn du dich verletzt, hast du ihn mal lieber einstecken. Wo ist das scheiß Floß, ey? Du hast doch hoffentlich jetzt den Anker rausgeschmissen, ne? Hast du nicht gesagt, den hast du rausgeschmissen. Och nee. Ich hab dich doch verarscht. Ach so? Ja, was erwartest du, ganz ehrlich? Wenn du mich verarschst, was erwartest du dann? Warte mal, wir haben doch hier drüben angehalten, oder? Ich dachte, du kontrollierst das. Na nee. Woher weiß ich denn das? Oh nee. Ey, sag mal, kann das sein, dass unser Floß weg ist? Jetzt haben wir ein Problem. Ist das da hinten? Guck mal, das schwul ist da so komisch. Nee, nee, hab ich auch zuerst gedacht. Was war das? Die Fledermäuse. Du, unser Floß ist weg. Oh nee. Aber warte mal, denk mal, such das mal. Du findest das, da bin ich mir sicher. Denk mal genau nach, wo wir, äh, wo wir gestrandet sind. Weiß ich nicht. Ja, wie, weiß du nicht. Ey, wir fahren doch weiter raus. Wir sind ja rüber geschwommen. Schmackhaft. Ah ja. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Nee, 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 das war nicht hier. Du weißt, wo das ist. Ey, du alter, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube halt tatsächlich, dass wir es nicht sehen. Warte mal, kann man hier diese, warte mal. Äh, fangen wir, warte weg. Sichtfeld. Stell mal das Sichtfeld hoch. Moment. Ah nee, Sichtweide. Sichtweide. Das kann nämlich auch sein, wir sehen es nicht. Weil wir die Sichtweide zu niedrig haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich bin vergiftet. Och, ist das dein Ernst? Ja. Hast du die Sichtweide mal auf hochgestellt? Nee. Ja, der macht das doch mal. Ja, dann mach ich das. Optionen, Grafik. Es ist ja wirklich so, dass es weg ist. Es ist der absolute Hammer. Naja, gut. Meine Freunde, wir machen erst mal ein kleines Päuschen. Wir suchen mal das Floß. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ohne Witz, ähm, schreibt uns in die Kommentare, äh, Tipps, Tricks, alles Mögliche. Wir sehen das mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss.